hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge shadow of the archery ich bin ja jetzt hier in dem letzten gebiet welches ich noch nicht erkundet hatte wir haben hier auch schon gleich einen der nilpferde wieder erlegt gehabt ich möchte einmal kurz schauen hier links komme ich nicht so dann muss ich den weg da drinnen denke ich erstmal weiter gehen aber aber scheiße kann ich mal bitte da ich bin da ich hing da fest das ist nicht das nicht wenige ruhen die ich da einsammeln muss ich bin da 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 Das war's für heute. So, einen nach den anderen schönen Polen hier. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Sehr schön. Okay, damit habe ich... Damit habe ich mit dem Hippo quasi das gemacht, was hier auf dem Weg zu machen ist. Oh, wie geil. 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 Okay, wo komme ich hier hin? Ein Bindungsstein. Okay. Oh, hi. Okay. Okay. Oh, wie geil. Hallo. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Oh, schade. Okay. Oh, wie geil. 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 Wie geil. Oh, wie virgin vorstellen. Oh, wie cool. Oh, wie geil. Okay. Ehrlich, wo bin ich hier? Wo ist der Helle? Okay. 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 Ich weiß halt echt nicht, wo ich hier gerade unterwegs bin hier drin. Oder wohin ich hier gerade unterwegs bin auch. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade unterwegs bin. Oh fuck it ey. Also jetzt hätte ich langsam gerne wieder einen Ort der Gnade. Denn ich habe genug für das nächste Level ab. All right. Oh, der Klingel. Okay, das ist sehr gut, dann kann ich nämlich schnell das machen, bevor da irgendwie noch... Also als aller erstes mal... Nachricht von Dane, okay. Das letzte Worte wachsen zusammen, hier lasse ich den Rest des Fleißschuss meines Körpers zurück. Gleich schaue ich mir mal die Nachricht von Dane an. Erstmal... Nee, brauche ich gerade nicht weiter. Geschick weiter hoch. Ah ja, die Worte von Dane. Von Trockenbad Dere, lass Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls mit Körperspur folgen. Wir haben den Siegelbaum direkt vorausgefunden. Aber wenn wir ihn verbrennen wollen, brauchen wir den richtigen Zunder, Messmerzzunder. Mhm. Ich möchte einmal schauen... Ich war da jetzt ja drin. so komische Wege entlanglaufen, aber ich möchte... Ich möchte hier auch nochmal kurz längs gehen. Oh, okay. So, viel dazu. Mhm. So, viel dazu. Okay. Scheint wohl da nicht so viel zu bringen. Gut, dann scheine ich aber das Gebiet so mehr oder mäßig abgeklappert zu haben. Die Frage ist... Würde ich jetzt nochmal den Magma Wurm probieren oder nicht gerade? Ich denke, ich möchte noch ein weiteres Gado-Fragment haben, bevor ich den Magma Wurm probieren würde. Und dann sicher auch die Gpowered auskam. итсяом sa束... Hein? Okay, da... Glück, dass ich da aufbrechen konnte von halbwegs vernünftig. Lampen bei mir, Lampen bei ihr. Herr Viva kann ich nicht sehen. Herr Viva kann ich nicht sehen. Ich versteh nicht, wieso kann ich den dann nicht sehen. Alright. Alright. Aber wieso war er da teilweise unverwundbar? Ja, das verstehe ich nicht ganz. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, well. Oh, well. Sehr schön. Oh, well. All right. Come. Oh, well. Oh, well. Oh, well. Okay. Okay, sehr schön. Nein, komm, lass mich. Nein, lass mich. Oh, gut. Glück gehabt. Oh, well. Oh, well. Oh, well. Und hab ich den weg. Und dann dürften mir glaube ich insgesamt nur noch zwei, zwei weitere von den Öfen fehlen. Einmal der dort bei. Oh, well. 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 Ich bin mir so auf den Kick. Ich gehe drauf. Oh, well. Oh, well. Oh, well. Oh. 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 Alright. There you go. Oh, wait. Oh, wait. Oh, I see. Oh mein Gott. Der Typ betreibt also einen Falskampf, in der Fall. Ja du Baumfragment. Sehr schön. Ja du Baumfragment. 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 Sehr schön. Du weg. Die Vogelgezwitschernimmt. Geht und jetzt alle. Geht weg. Dاء? Tja. Sie war auch schnell. Sehr schön, noch eine verehrte Geisterasche, damit habe ich jetzt Gibt es hier denn keine Gnade für mich? Ich habe hier ein Ate Gnade. Oh, nein. Oh, ich mag dich nicht. Aber dafür sollte ich mich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Okay, ich brauche vier davon jetzt gerade, um den da weiter zu ... brauche ich hier jetzt auch vier. Dann da brauche ich noch drei. Ach so, ja, hier bin ich durch. Dann muss ich auch mal wieder ... 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 Okay. Ich mache den Abtrain hier. Okay. Gut, damit weiß ich zumindest, dass das offenbar der einzige Weg ist. So, das heißt, ich muss hier irgendwie wahrscheinlich durch. Dann einfach mal... So, das heißt, ich muss hier. Ich weiß nicht, wie drücke ich jetzt da mit Bindout und eine Jump'n'Run Passage vor mir zu haben. So, das heißt, ich muss hier. Okay. 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 All right. Bye. Okay. 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 Bye. Oh, oh, oh. Oh ja, stimmt, ich Idiot, das geht ja nicht über den Hebel. Fuck, okay, 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 so komme ich da also nicht rüber. Hm, das ist, ich mag jetzt schon, das ist so ein, das wird so ein Ding sein, was mir keinen Spaß bringt. Auch da immer wieder hinreiten zu müssen. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Boah, ich krieg hier echt immer wieder Panik bei solchen Aktionen hier. Okay. 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 Gut, aber erstmal bevor ich da hingehe, möchte ich schauen, wo mich das hier hinführt. Ich weiß nicht, ob ich da eventuell einen Ort der Gnade dann habe, um mich abzusichern. Nein. Nein. Okay. 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 man muss schon sagen das ist hier ein sehr cooler ausblick finde ich er hat alles man aller schmelzt hier dann fahr ich hier nochmal hoch und würde dann die folge beenden beziehungsweise einmal schaue ich hier nochmal okay da muss ich wahrscheinlich dort dann weiter gehen um dahin zu kommen okay dann würde ich aber sagen ist das ein ort der gnade ja das ist ein ort der gnade dann beende ich hier gleich diese folge vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao